Einen wunderschönen guten Tag, mal los. Ich besuche euch alle herzlich wieder zur nächsten Runde von Panzer Corps 2 im Royal YouTuber Beef. Und ich bin jetzt mal gespannt, was jetzt die Sache ist. Der Slowbaka meint, dass die Hinterlandmove, nenne ich es jetzt mal, wesentlich schlimmer war für ihn, als er gedacht hätte. Ich schätze mal, durch die Überstärke-Einheit, die wir platziert haben, könnte er jetzt da einige Probleme bekommen. Oh, okay. Ja, das war klar, damit haben wir gerechnet, aber dass wir da noch einen abziehen, das war eigentlich gar nicht verkehrt. Damit habe ich auch gerechnet, das ist kein Problem. Okay. Das sehe ich auch noch nicht als Problem. Okay, das war gut. Ah, das war sehr schön. Endlich macht der Russe da auch mal was, aber der hat selber eben geschrieben, dass der da nichts mehr tun wird. Okay, der Aufklärer wird beschossen, ist aber nicht schlimm. Die 18-Finder gehen gut gegen den Russen vor und der Russe wurde da zurückgedrängt. Oh, der Russe war hier. Okay. Der ist jetzt in der Mitte der Brite. Okay, verstehe. Ich bin mir überlegen, ob ich so weit wirklich hier weg soll, ne? Wenn er das hier sieht, dann kommt er hier wieder zurück. Na gut, egal. Also. Ich könnte mich Wie viele Punkte habe ich? Sechs. Das sind fünf, also fünf kosten die Regel mehr und sechs könnte ich holen. Sechs. Ich will mich hier richtig festsetzen, ne? Dass der keinen Spaß dran hat, hier reinzukommen. Dann würde ich gerne diese Stadt hier erobern. Ja, dass er das hier platt gemacht hat, ist klar. Okay. Mhm. Also wir gehen erst mal mit dem hier hin. Wir haben Aufklärung. Geben ihm einmal Zunder. Das, okay. Das gefällt mir. Die US-Infanterie, ne? Zwei Sterne. Okay. Ich könnte mit 200 verstärken. Ich könnte hier bombardieren. Ich könnte da bombardieren. Ah, warte. Aber ich komme da nicht hin, ne? Ja. Du verlegst dich mal. Das funktioniert einfach nicht. Ja, da können wir es selber auf diesen Sack. Drei eingegraben. Das Problem ist, ich könnte zwar hier hin, aber das wäre nicht schön für mich. Ja, das wäre ja gut. Du bist hier nicht. Ich könnte hier nicht. Ich würde das mal sagen. Ich würde das mal sagen. Ich würde das mal sagen. machen wir mal so du bist ein Falli du bist ein Falli das hier werde ich mir nicht holen ich werde nicht den Briten das hier wegsnacken das sehe ich überhaupt nicht ein schwere Infanterie kann ich nicht absetzen okay, zur Nutz kann ich mit ihm da reinlaufen okay, die Dominator muss ich erst benutzen meinetwegen okay, die ist eingekreist macht den Angriff ist okay wir haben hier noch diesen einen Jäger den wir benutzen könnten ein Lebenspunkt kann ich irgendwo abziehen oh das ist okay wisst ihr was, ich werde das wirklich tun ich bin der der Sack jetzt äh, Überstärke ich will da hinten mich jetzt festbeißen zack der kostet eben einen Punkt das interessiert mich gar nicht aber ich will dich nicht übersetzen lassen so aber der könnte den Falli jetzt hier abwerfen na gut, dann wäre das so aber ich kann nicht den da ziemlich schnell finishen das wäre nicht das große Problem ähm der Jackson der geht mal in die Backline Luftlandedivision ich könnte mich hier hin bewegen 6 zu 9 ich weiß jetzt gerade nicht wenn ich daneben stehe kann ich den dann hoch bringen ins Flugzeug Infanterichtstufe 6 wobei ich den hier eigentlich lieber abgegradet hätte anstatt den hier aber das ist auch nicht verkehrt wenn der das kann ähm okay das passt ich hab die Infanterie da jetzt ich könnte ihn hier upgraden ich könnte hier drauf schießen mach ich auch den holen wir weg den holen wir weg erfahrung 600 was kostet die 300 ich könnte den recyceln nenne ich in Anführungszeichen und dafür dann hier äh eine Infanterie platzieren die wahrscheinlich Angriffsziele luftweich verteidigung luftnach naja ich löse sie auf fuck ja okay ich sehe das problem ich muss auf diesen wert jetzt mal achten okay nee das kann ich jetzt so nicht lassen ähm der zwei punkte gebraucht ich hatte glaube ich den hier ne ist okay macht einfach sonst keinen sinn ich muss da jetzt das hier stehen lassen einfach wegen hier ne wir könnten aber dafür den äh truck da rausholen das war eigentlich ganz nett oh apropos haben die hier trucks der hat einen truck den kann ich da kann ich mir die punkte wiederholen das ist ganz nett ja das passt ähm jetzt ist der jetzt ist der angreifbar dann fahren wir nach da so gefällt mir das gerade jetzt könnte ich gucken wo ich den panzer einsetzen will ne der geht mal hier wieder ein stück zurück vielleicht hier ihn auf dem offenen gelände das wäre ganz nett ich muss ihn hier theoretisch auch ausgeschaltet bekommen hm du bleibst da drin du bleibst da drin du auch du auch du hast aber ne du hast keinen truck ne ne gut aber interessant dass er das jetzt hier endlich auch mal befestigt hat äh aktuell halten wir eins zwei drei vier drei eins zwei drei vier ja zum ende hin könnten wir mal gucken ob wir hier vielleicht nochmal abspringen können weil jetzt haben wir hier eigentlich genug Truppen stationiert ich werde jetzt hier nicht noch mehr stationieren entweder überlegen dies oder nicht dann ist das so aber ich würde versuchen gerne hier abzuspringen naja egal so äh jetzt wurde hier mir gesagt ah ok das sind die Reservepunkte die alter 1600 ja das ist jetzt die Frage wie weit stimmt das sind das die Punkte die er jetzt schon bekommen hat wie hoch ist mein Einkommen ich kriege 200 Prestige interessant aber ich finde es auch am Anfang interessant hätte ich da früher drüber nachgedacht hätte ich bestimmten Einheiten die hier nur am Kämpfen ist zum Beispiel wenn die jetzt hier so stationiert sind hier diese hier äh mal gucken ob sie das überhaupt hat kann ich gerade gar nicht sehen woran kann ich erkennen dass jemand ich sag jetzt mal fährt ah da gut zum Beispiel ihn hier würde ich auch auf jeden Fall den Truck entfernen jetzt im Nachhinein ähm das sind Sachen die man auf einmal rausfindet die eigentlich ganz interessant sind und äh ja der hat hier einen Pionier einen Volksgrenadier der kann ich gerne hier versuchen anzugreifen aber der wird sich hier zurückziehen müssen der Pionier wird auch nichts viel machen können der wird nicht viel was machen können und na gut er kann ein bisschen was machen ne und er ist im Arsch ja der wird da jetzt erstmal nicht mehr so schnell reinkommen wir müssen jetzt gleich hier oder damit mal da reinlaufen er will sich zurückziehen dann wahrscheinlich und tja dann hat er Spaß gut dann schicken wir mal in die nächste Runde ich hoffe es hat gefallen und ihr freut euch auf die nächste Folge wir sehen uns ciao